Musik Ja hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog Er soll über den Urlaub gehen, mal schauen wie er wird Und ja ich würde mal sagen auf zum Flughafen Musik Dort angekommen sind wir auch schon auf die Familie vom Notizel getroffen mit der wir jedes Jahr auf Urlaub fahren Wie fühlst du das? Ja ich fühle mich schon Nullab oder Notizel? Ja genau Ich weiß Und dann ist der Flieger auch schon gestartet Musik Insgesamt hat der Flug von Salzburg nach Greta zweieinhalb Stunden gedauert Musik Musik Also eigentlich seid ihr alle mal geflogen Ich musste den ganzen Scheiß nicht erzählen Auf jeden Fall sind wir dann zum Hotel Musik Schaut jetzt so aus als wir in einer Bus filmen Aber der Bus ist hier Ist nur die Spiegelung gewesen Cool ja LOL Nur die Spiegelung Leute Schaut euch das an Ja war sehr toll hier Und nochmal hier Spiegel Spiegel Und hier der echte Bus Ja zeig Hier ist die Spiegelung Und hier sieht der echte Bus Ja die Qualität ist echt scheiße Warum ist die Qualität jetzt so scheiße? Schreibt sie in die Kommentare Und einmal haben wir voll den Geistersee gesehen Oh mein Gott Wir haben gerade voll Voll die spannende Situation Leute Da ist ein See Scheiße Wir wissen nicht was wir tun sollen Oh mein Gott Ich weiß nicht wohin es geht Ja Ist es ein normaler See oder ein spezieller See Wir wissen es nicht Und sie hat auch schon Angst Weiter noch um Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Gott scheiße Fuck Warte ja Ah Ah Wir wollen den Trainerring machen Wie kann ich das? Auf das da gehen Da musst du dich erst registrieren Maki Das ihr noch nicht erzählt Ich mach jetzt ein Passwort eingeben Registrieren Maki Da gehen wir mal Maki du musst dich erst mal registrieren Ja und wir haben auch tausende Challenges gemacht Ja und wir wissen nicht wer halt zuerst einen Oreo nimmt und Ist er nicht schön? Ja dann Zieh uns gleich wenn wir den Oreo reparieren Bis gleich Ähm bis gleich Noch raus tun Hahahaha 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 Mehr Riddol Mehr Riddol Mehr Riddol Vielleicht glaube ich dann bessere Qualität Ja hier hier Zweifel Hahahaha Bessere Qualität Hahahaha Hahahaha Die Kamera Ja das passt das passt das passt wenn hier ein bisschen weg die Gipfel in der Ecke aus dem Schlag die Laufgabe und die Gäste und mann und mann bis gleich im Moment Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Sandloch-Challenge, auf jeden Fall ein Highlight des Urlaubs. Eigentlich habe ich meinen Kopf fünfmal reingestreckt in diese Quelle, die Sandquelle. Ja, muss ich mal schauen, ob ich die Aufnahme noch finde, sonst lade ich die nochmal als separates Video hoch. Warum wurden Sie von der Marke Little Tikes so fasziniert? Was erzieht Sie diesem Entschluss? Mach die Fahrt! Was erzieht Sie dem Entschluss, du weißt? Ihr müsst nicht lärmen! Ach, so schiebe ihn, dann kann ich es filmen. Ich liebe es! Warum haben Sie sich für diese Marke entschieden? Ich liebe diese Marke. Warte, ja? Ich fühle mich jetzt kurz. Ja, tschuldige die ganze Zeit. Kann ich dir... Ja, bei mir! Auf dich der Vlog, Moment, hier ist Licht. Oh mein Gott, ich bin hier mit zwei Kumpels, ey, ich schwöre, wir haben gerade so viel gesoffen, ey, ich schwöre. Ey, ich geb den Digger. Ich schwöre, es hat mir einen Jägermeister alleine in das Gesicht so reingeballert und jetzt bin ich so high. Aber ich schwöre, heute werde ich noch drei Jägermeister in meinem Gesicht machen. Ich schwöre, ich hab voll so lange überarrotiert! Ich schwöre, so viel Alkohol, ey. Ich schwöre, ich hab mich überlebt und ich gesehen, ey. Ich schwöre, ich hab mich überlebt und ich hatte gesehen, ey. Ich schwöre, ich hab mich überlebt und ich hab mich überlebt. Schwöre, ich hab dich überlebt! Wooh!